wassup leute willkommen zu meinem zweiten vlog heute geht es nach kanada ich habe noch ein paar tage frei deswegen gehen wir einen guten guten freund von uns besuchen einen im auto, ich habe meinen bruder wieder dabei der uns nach stuttgart fährt, fährt mich und uflai unser flieger geht um 11 uhr und ja ich nehme mich ein bisschen mit auf die weise let's go sie sagt young god is lit er fickt die biddy so wit look at the flick of the wrist all the damn small wrist okay okay sie sagt young god is lit do games for life march ich bin zum bluthafen in den kopf eine Sache ist mir passiert ich habe meine Kopfhörer vergessen was hast du vergessen? ich habe meine Kopfhörer vergessen ja deswegen sind sie hier wir müssen jetzt Kopfhörer holen weil sie fliege nicht 10 Stunden ohne Musik im Alter no cap no let's go wie geht es dir heute morgen im Auto? warst du noch bisschen müde? wie geht es dir jetzt? 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 super, natürlich ah n no cap also gerade wo der alexis sein rucksack konsoliert weil der alexis immer verrückte sachen dabei endlich hat das jemand mal erkannt und wollte was dagegen machen aber keine ahnung wo du deine sachen versteckt Passt. Wir schubsen. Hey, come on. Wir sind in der Lounge angekommen hier Winkel. Ich bin mir echt, das ist mein erstes Mal in der Lounge. Es ist super. Unglaublich. Diese Fastlane ist perfekt. Wir müssen nicht anstehen, weil es auch unglaublich voll läuft hier unten. Und wir haben ein bisschen rushed, ein bisschen in Hektik. Ich schwitze auch, deswegen habe ich die Jacke an. Ja, jetzt chillen wir, relaxen, essen was und danach geben wir einen Flieger. Und dann sehen wir uns in Amsterdam wieder. Was ist diese Schnelle? Was ist diese... Ich bin endlich gelandet. Ich sage endlich. War richtig schnell eigentlich. Jetzt gehen wir zur Lounge. Chillen wir ein bisschen. Und dann geht es weiter. War ein bisschen schön. Haha. Dann geht es weiter nach... Advent. Wir sind jetzt mit unserem Flugzeug endlich. Der Flug hatte leider Verspätung. Über eine Stunde. Stunde dreißig ungefähr. Ja. Aber wir sind Gott sei Dank jetzt drin. Ja. Wir sind jetzt drin. Wir sind glücklich. Wir werden jetzt gleich losfliegen. Ich weiß nicht, wenn wir zu Bad Rang gekommen sind. Wir werden ungefähr acht Stunden fliegen. Und... Und... Ja. Ich bin jetzt angekommen mit der Nummer von meinem Gesicht. Aber... Du konntest den Flugdruck. Ah, amazing. Ich war ja der Flug. War wirklich geil. Geiles Essen. Ja. Gut geschlafen. Geiles Wetter. Wir sind sehr überraschend. Weil vor einem Jahr waren wir auch hier. Und er hat gesagt, ich. Es war unglaublich kalt. Und jetzt ist es relativ warm. Es ist wie in Deutschland gerade. Es ist super warm. Genau. Ich bin mit dem Pulli. Im Fast-Nord-Boot. Im Fast-Nord-Boot. Auf dem. Und jetzt holen wir unser Geld. Und dann haben wir gesagt, das ist okay. Unser Taxi-Grabber. Oh mein Gott! Yo, yo, wassup? Wassup? Listen. Ah. Mein Mann ist in Edmonton, in meiner Stadt. Und ich zeige euch das auch. 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 Die Menschen, die kein Englisch haben. Er meinte einfach, wir sind in seiner City. Er wird uns unsere City zeigen. Und cool. Wir werden featuren. Es wird noch ein Feature von mir geben, was ich aufloggen werde. Und ja. Bei den Herren, die ihr nicht kennt. Ich habe den PP-Pokal gewonnen. Champions League Sieger. Ey. Ich habe die Bundesliga gewonnen. Alles gewonnen, was man sich vorstellen kann. Wenn man hier ist, ist es einfach... Das ist Motivation. Das ist... Das ist crazy. Das ist crazy. 2020. 2021. 2022. 2023. Bundesliga. Wir haben die Champions League. Super Cup. Club World Cup. 2 Pokal. Und dann das. Das ist der letzte. Das ist der letzte. In der nächsten. In der Nations League. Wir haben gegen die USA 2-0. Ja. Team of the Year 2020. Player of the Match gegen Danimo Kiev. Oh, das ist gut. FIFA. Der Best XI Champions League. Und so weiter. So. Goldenen. Go Cups. Ja. Ich bin sehr stolz. Inshallah. Der ist derische. Das ist der erste. Der kleine, der hier. Der erste ist der erste. Oberau von der Asprache. In das Region. Und so ist der zweite als Kanada 2020. Das ist der erste. Das ist der zweite. Das war 22. Das war 22. Das ist verrückt. Ja. Dann haben wir die neige Grenier die Woche. Ja. Dann haben wir die Woche. Wir sprechen von damals. Die Woche. The Woche. Ist das auch. Tonka Kav, Melkler 2020, 2021 Das ist die Trophelkabinette Das ist der Jersie hier, wenn ich 100-Games habe 100-Games für Bayern 100-Games für Bayern, nicht Bundesliga Okay Wir spielen gegen ihn in München, wie ist der Jersie? Nein, ich habe eine Frage, wie war es, zu spielen gegen ihn? Es ist ein guter Spieler, Mann Ich habe gegen ihn in 2020 Und ich wollte der Bersche, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr Phuken habe Ich bin froh, dass ich nicht mehr Phuken habe Ich bin froh, dass ich nicht mehr Phuken habe Das ist okay Nema Nema Junior Nema Junior Ich glaube, das ist ein der letzten Jersie von Bayern Ich glaube, ich bin nicht sicher Aber ich könnte das falsch Hakimi Hachsvachs 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 Oh, Hebe 5.5 Füße 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 bin ich da 2.5 Ja, Mann basically, Messi lossehebisch In einer umphelis Ja In einer umphelis Ja Ronaldo Scheiße Ich weiß es nicht was, hier Meister kommt, hier und dann Renau Oh, Ronaldo Ronaldo Das ist Ich hab Also Leute, ich sage euch wie es ist, der Typ hat alles erreicht, was ein Fußballer sich vorstellen kann. Also ich sage euch wie es ist, hier zu sein ist pure Motivation, wenn man sowas sieht. Man will einfach weitermachen, man will an sich selber arbeiten. Und ja, jetzt wird uns noch ein bisschen rumzeigen, danach wird ein bisschen gechillt, vielleicht was gegessen. Und ich sage euch wie es ist, ich bin müde. Weil ich sehe auch wahrscheinlich müde aus, deswegen. So Leute, wir sind für heute fertig. Jetzt wird noch ein bisschen gechillt. Ich habe gerade gegessen und dann geht es auch gleich ins Bett, weil ich bin tot. Ich bin froh hier zu sein jetzt endlich, geduscht zu haben, wieder frisch zu sein. Aber ich bin trotz allem müde, tot und ich will nur noch schlafen, ich bin noch ins Bett. Morgen geht es weiter. Ich hoffe, mein erster Tag hat euch gefallen. Wow. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.